Herzlich Willkommen bei HER1, herzlich Willkommen bei Fit mit Angie, unserer neuen Sendung. Ich bin Angie Kaus und ich lade Sie ein, mit mir jeden Tag sich 15 Minuten zu bewegen. Wir haben in jeder Sendung einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Mal ist es die Kraft, mal ist es die Beweglichkeit, mal geht es einfach um das Gehirn und manchmal geht es ums Abnehmen. Also, wenn Sie es jetzt sagen, hört sich spannend an, ich bin dabei, dann legen wir jetzt los. Und heute brauchen wir einen Stuhl, also Bewegung im Sitzen. Nehmen wir mal Platz und bringen uns auf Betriebstemperatur. Also, legen wir los, wir legen los. Ich würde sagen, Arm und Beine bewegen. Einfach bewegen, so ein bisschen nach vorne rutschen. Arme mit anspannen. Also, das ist doch einfach, oder? Das kriegen wir hin. Wir gehen einfach am Platz. So, Arme nicht vergessen. Wichtig. Wichtig für unser Herz. Damit wir den Puls wirklich ein bisschen hoch kriegen. Wir brauchen Betriebstemperatur. So, ein bisschen noch. Also, mir macht das Spaß. Ich hoffe, euch auch. So, jetzt werden wir gleich was verändern. So, einmal gucken. Arme, Beine. Nach vorne. Vor, vor, vor. Arme und Beine machen dasselbe. Einfach nach vorne. Hacken aufstellen. Also, ich kann das ja stundenlang. Aber wir sind ja noch mal am Anfang. Einfach die Hacken aufstellen. So, Achtung. Noch vier. Drei noch. Zwei noch. Jetzt nehmen wir mal die Arme weg. Nur die Beine. Einfach Hacken aufstellen. So, und jetzt einmal gucken. Wir gehen zur Seite. Seit. 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 Zur Seite. Ich hoffe, das klappt. Können wir die Arme mitnehmen, ne? Fertig. Arme gehen mit. Raus. 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 Zur Seite. Raus und rein. Raus und rein. Raus und rein. Mit den Beinen zusammen. Mir gefällt das. Hier kriegen wir richtig Temperatur. So, die letzte Runde. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Und wieder gehen. Das kennen wir schon, ne? Gehen am Platz. So, Achtung. Jetzt die Hände an den Stuhl. Und wir machen ein Kick. Kick. Wir machen einwand. Tschüss. Die Hände an den Stuhl. Und wir machen ein Handschuh. Das ist ein Handelskuh. Ausatung. Waage. Dann die Verzellen. Und ich habe den Tuhl. Und wir machen. Und wir machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist übrigens bei mir auch eine Übung. Wir wechseln mal das Bein. Andere Hacke aufstellen. So, Hände wieder rauf. Oberkörper nach vorne. Das kennen wir schon. Arme lang. Wir gehen in die zweite Runde. Bist du bereit? Und los geht's. 15 Sekunden. Was? Wirklich? Ja. Halt durch, halt durch. Ich tue es auch. Oh mein Gott. Halt durch, halt durch. Die letzten. 5, 4, 3, 2, 2, 2, was? Eins. Und zurückkommen. Und fallen lassen. Oh, der erste Stress ist vorbei, oder? So, mach alles auf. Und jetzt umarmen wir was Großes. Bauch reinziehen. Arme nach vorne. Oh, wie schön. Umdrehen. Ich spür die Rückenmuskeln. Ich spür die gut. Jetzt geht's hoch. Locker lassen. Nochmal. Alles weit. Was Großes umarmen. Vielleicht ein Baum. Jetzt die Hände umdrehen. Kinn auf die Brust. Jetzt Bauch reinziehen. Hochkommen. Und öffnen. Mit Lächeln. So, alle guten Dinge sind. Also noch einen. Bauch reinziehen. Rücken rund. Und lang, 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 lang. Und umdrehen. Hochkommen. Und öffnen. Also ich fand's ja schön. Ja, schade eigentlich, ne? Unsere Zeit ist schon wieder vorbei. Ja. Das heißt, schalt wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Und ich sag Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Wir sehen uns sicher wieder. Ich weiß das. In dieser Tschüss.